Fantastisch! Für die Gewinner der Verlosung und der dritte Gewinner Hat sich leider noch nicht gemeldet Würde ich mich freuen, wenn du das noch machen würdest Per privater Nachricht, ich hab dir da geschrieben Würde ich mich freuen, wenn du mir antwortest Damit wir die Tasse dann auch an dich verschicken können So, soviel dazu Die anderen beiden Tassen werde ich noch unterschreiben Und dann abschicken und da werde ich mir natürlich auch noch selber eine bestellen Und wenn ihr eine haben wollt, der Link ist in der Beschreibung Und ja, das war auf jeden Fall das dazu Und jetzt die Regeln der Die Regeln der Gem-Challenge Also, zwei Pekkaoni-Angriffe Ziel jeweils zwei Sterne Mit jeweils vier Zaubern Einmal Wut und einmal Sprung So Wenn's verloren geht Nehme ich den Random Number Generator Den ich jetzt hier schon offen habe Den nehme ich dann, generiere eine Zahl Zwischen eins und drei Und diese Zahl steht für ein Gem-Paket Eins, zwei Ah, fuck Warte mal, ne ne warte, hier, eins die beiden ersten hier Die drei ersten, eins, zwei, drei Quasi Juwelenhaufen, Juwelensack Und Juwelenbeutel Also eins, zwei Und das dritte ist der Juwelensack Also wenn ich die eins habe, nehme ich das für 4,99 Wenn ich die zwei habe, nehme ich das für 9,99 Wenn ich die drei habe, nehme ich das für 19,99 Also ich hoffe natürlich, dass es das für 4,99 wird Ich habe nämlich keine Lust so viel auszugeben Ich werde die dann gleich noch direkt hier kaufen Also nix App-Bounty oder so, ich kaufe die dann direkt hier Darf die Suche dreimal überspringen Äh, maximal dreimal überspringen Jetzt nehme ich erstmal noch einen Schluck Kaffee zur Stärkung Und wir gucken mal eben noch Ja, weil ich nämlich noch auf die Zauber warten muss Die Mai jetzt aber gleich mal eben schon fertig Dann habe ich kaum noch Juwelen Ich hoffe mal Ja Und dann, wenn ich, wenn ich verliere, muss ich den Pekka Jam Also zumindest es versuchen Mh Das heißt, sagen wir mal im schlechtesten Fall Ich, äh, oder beziehungsweise im besten Fall Ich, ich muss nur das 3, äh, das 4,99 Paket nehmen Dann wird es wahrscheinlich nur dafür reichen Den Frostzauber zu beenden Dann habe ich ein bisschen Leerlauf Und kann vielleicht heute Abend noch den, den Pekka starten Wo ist denn überhaupt mein Labor? Mein Labor ist hier unten Ja, zwei Tage noch Das heißt, 430 müsste ich erstmal überhaupt aufwerten Um den zu beenden Also es wird schon ein bisschen, wird schon ein bisschen schwieriger Na gut, eigentlich nur bei so bei 19,99 Könnte man schon davon ausgehen, es könnte klappen So, jetzt wollen wir es mal eben zu Ende jammen Ah, es dauert alles Und wollte ich schon mal die nächsten, die nächsten Zauber Kann ich ja schon mal in Auftrag geben Und ich würde sagen, wir legen los Also wir legen los Und ich darf dreimal vorbeidrücken Es ist natürlich schwierig, weil ich jetzt quasi, ähm Ja, ich, ich bin in Crystal 2 Also ich kann Glück haben, ich kann auch Pech haben Das ist nun mal der Erste Der hat zwei Infernos Drücke ich natürlich jetzt weiter Oh, bitte, Leute, ey Oh, wieder ein Inferno Ja, kann ich auch nicht nehmen Weil es ist zu schwierig Scheiße Also Klamenburg, wie gesagt, darf ich benutzen Helden und so nicht Ja, dürfte ich, müsste ich eigentlich schaffen Also ich bin, ich bin ganz optimistisch, dass ich das schaffe Ich weiß noch nicht genau, von welcher Seite ich da rangehen soll Hm Ich denke aber, ich splitte die Peckers ein ganz kleines bisschen auf Und hoffe mal, dass die nicht ganz außen her gehen Aber das ist ja jetzt schon wieder Äh, die gehen ja schon wieder zu weit außen rum Äh, ich hasse das immer, wenn die Peckers außen rum laufen Aber hier müsste es jetzt eigentlich mal funktionieren Ach, kommt, ey Kommt, mach den, mach den, mach den, mach den, mach den Tesla schon mal kaputt Jetzt geht bitte nach innen Geht bitte nach innen rein Äh, ja, der König wird natürlich auch nicht lange leben gegen die Peckers, ist klar Ah, Leute, ey Ich hau sofort noch einen Wutzauber drauf, weil ich muss Ich will natürlich unbedingt das Rathaus jetzt haben, sofort Ah, bitte, bitte, bitte Mach doch das Rathaus kaputt Oh, hier schon Jetzt natürlich jetzt hier noch einen Wutzauber drauf Die sollen sofort das Rathaus kaputt machen Mehr will ich ja gar nicht Ich will ja die 2 Sterne haben Ja, es wird aber klappen Jetzt hab ich das ja Nummer 1 hab ich schon mal geschafft Sehr schön Sehr schön, meine kleinen Pecker-Freunde Ah, top Jetzt kann ich mir sogar noch einen Wutzauber könnte ich mir rein theoretisch noch sparen Weil ich ja gleich eh nur 4 Zauber brauche Also 4 Sprungzauber Das heißt, den kann ich mir jetzt noch in aller Ruhe aufsparen Kriegen wir noch 23 Pokale dabei Aber gut, ist natürlich trotzdem ein Minusgeschäft, muss man sagen Aber gut, die Base war natürlich auch scheiße Ich hatte Glück Weil die ersten beiden Base hätte ich nicht geschafft Weil wenn du einen Inferno hast Und hast nur Peckers Nee Das funktioniert meistens nicht so gut Wir wollten ja sowieso ein paar Leute einen Pecker-Only-Angriff sehen Von daher sollte das ja jetzt auf jeden Fall auch dann richtig laufen Ich guck mir jetzt mal die Tasse an Also ich muss sagen Ja, gefällt mir Gefällt mir richtig gut Sieht gut aus das Logo Man muss natürlich auch immer ein paar Abzüge machen bei so einer Tasse Aber im Grunde genommen bin ich ganz zufrieden damit Sieht ganz ordentlich aus Und ja, wir kriegen Wir sind gerade noch am überlegen Ob wir vielleicht noch einen neuen Anbieter mal dazu holen sollen Generell Damit einfach, weil die T-Shirts finde ich Die müsste man auch noch ein bisschen billiger anbieten können Irgendwie Muss ich mal gucken Also weil viele Leute vielleicht auch sagen Wir würden uns gerne ein T-Shirt kaufen Aber für den Preis Allerdings ist auch die Qualität gut, muss man sagen Die Qualität ist echt Bombe Da haben wir echt drauf aufgepasst So, jetzt muss man gucken, dass die Packers noch zu Ende laufen Bevor ich hier zu viel abschweife Ach komm Drei Packers Und ich habe noch 50 Sekunden ungefähr jetzt Zeit Ach komm Das muss doch reichen Die hauen die Mauer so schnell kaputt Ja, aber sind das noch mehr als zwei Packers? Mehr als drei Packers? Vier! Vier Packers sogar noch Oh Sind es aber noch vier Stück? Na gut, das müsste doch Ja, das wird eher eine Frage der Zeit denke ich mal Der Magierturm haut da zwar noch drauf Aber na gut Das müsste eigentlich laufen Ja, komm 29 Sekunden Wo laufen sie jetzt her? Jetzt laufen sie da rum Ich bin ein Pekka Und laufe durch die Base Okay Ja Das wird auf jeden Fall reichen 100% ist doch gut Haben wir es auf jeden Fall schon mal geschafft Ah, traumhaft 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 100% Ich habe wirklich auch eine neue Base Wenn es jemanden interessiert Da kommt ein Speedbild raus bald Hat mir der Ach, wie hieß er denn jetzt noch? Ich muss das mal eben nachgucken Nicht, dass ich ihn noch Oder beziehungsweise ich gucke es jetzt mal eben gleich nach Und werde es euch dann sagen Nicht, dass ich den noch Den Namen noch unterschlage Ehre natürlich für ihm Ehre gebührt Weil ich sehr dankbar bin, dass er mir die Base empfohlen hat Ah, hier Die Sprungzauber noch Und jetzt mal eben gucken Hier sind natürlich zu viele Packers Zack Und jetzt haben wir 225 Und ich gucke mal eben nach, wie die Base mir empfohlen hat Und dann bin ich ganz gespannt, ob wir es gleich schaffen oder nicht Noch den zweiten Angriff durchzukriegen Ich bin jetzt schon wirklich Ich bin in Crystal 2 Also ist schon Ich bin extra in Crystal 2 Weil es sonst so einfach wäre Fände ich Sonst hauen die Packers ja alles kaputt Aber hier oben Äh, ist es halt echt Lack Ah, Michael Schad hat mir die empfohlen So Natürlich nochmal Dankeschön an der Stelle Ich habe die mal jetzt ausprobiert Und muss sagen Mir gefällt sie echt super Finde ich Sie schützt alles ganz gut Und ich würde sagen Wir sehen uns gleich wieder Wenn alles fertig ist Bis gleich Leute So Ich bin wieder zurück Und habe jetzt Äh, ja Eigentlich die Packers sind soweit fertig Ich werde es mir eben noch Ja Es ist fertig gejammt Jetzt habe ich null Gems übrig Und wir wollen es natürlich nochmal einmal angreifen Ich habe jetzt vier Sprungzauber Den Wutzauber werde ich nicht benutzen In der Clanburg habe ich zum Glück noch einen Packer Und Ja Gegner Nummer eins kann kommen Äh, schwierig Würde ich Würde ich Ich will aber Ich will mal eine Herausforderung Also den würde ich auch schaffen Aber Es muss ja ein bisschen herausfordernd Muss es ja schon sein Okay der ist nicht Oh oh Jetzt habe ich ein Problem Hoffentlich wird der nächste nicht gut Dann habe ich echt Habe ich echt ein Problem Ja Könnte ich Schaffen Allerdings Na gut Ich muss natürlich von unten jetzt rangehen An die ganze Sache Und ich habe Ich weiß nicht wie ich die Sprungzauber benutzen soll Was ist da jetzt? Na Riesenbomben Das macht mir gar nichts Ja gut Muss ich schon machen jetzt Muss ich schon alle da hinsetzen jetzt Ich kann Ich kann natürlich jetzt den Wutzauber Oh nein 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 Das ist relativ Ich kann den Wutzauber darf ja nicht benutzen Das heißt einen Stern Okay Komm Wir Wir lassen die Wir lassen die jetzt gleich mal in die Mitte hüpfen hoffentlich Aber Die Clan-Truppen Alter Alter Die kriegen ganz schön auf die Fresse von den Clan-Truppen Ja Das ist natürlich jetzt wenn du nichts als Backup hast Du darfst keinen anderen Zauber benutzen Also Schwierig Der Sprungzauber wird es gleich auch den Geist aufgeben Da brauche ich noch einen Weil der nur 20 Sekunden hält Auf Level 1 Alter Scheiße Komm wir setzen noch einen hinterher In der Hoffnung dass sie jetzt endlich mal drüber hüpfen Hüpft doch endlich drüber jetzt Meine Gott ey Na ja endlich Aber das wird jetzt auch nicht Scheiße Schauen wir nicht mehr Ich habe es drauf angelegt Na Jetzt hüpfen sie wieder in die andere Richtung Die Viecher sind aber auch dumm wie ein Stück Dumm wie ein Meter Feldweg Das wollte ich sagen Anstatt dass sie da mal in die Oh Alter Ja Ja das hätte ich Das habe ich mir im Grunde selbst zuzuschreiben Brauche ich jetzt auch den Zauber gar nicht mehr zu setzen Ja Das ging ja mal ganz großartig in die Buchse Ja Packer only ist halt Äh Ziemlich limitiert kann man sagen Wenn man halt die Zauber Also ich hätte gerne den Wutzauber benutzt Aber ich durfte ja nicht Äh Mit Wutzauber wäre das Ganze natürlich ein bisschen anders ausgegangen Aber nun gut Das ist das Spiel Ich gebe jetzt auf Und ähm Hab leider noch Ich habe es ein bisschen Ich habe es leider ein bisschen provoziert Ich hätte die erste Base ja nehmen können Schade Na gut Ist jetzt egal Ich mache mir eben noch ein paar Zauber hinterher Was nehme ich denn jetzt noch Ich habe noch zwei Sprungzauber Aber komm wir nehmen jetzt noch zwei Blitzzauber hinterher So und wir werfen jetzt mal den Random Numbers Generator mal an Und gucken mal Dass wir mal eine Nummer generiert bekommen So Maximale Nummer 3 Minimale Nummer 1 Generate Oh nein Oh nein Ey das ist doch scheiße Jetzt habe ich auch noch die 3 generiert Jetzt muss ich 19 Euro ausgeben für dieses Schach Oh mein Gott Ey seht ihr wenn ich das jetzt mehrmals mache Lol der macht immer 2 1 All none repeating number possibilities have been used to continue Okay Der macht also wenn ich jetzt generiere Nimmt er jetzt die 1 Jetzt nimmt er die Okay Er nimmt also jede Kombination nimmt er einmal Allerdings ist es nicht gesagt welche er zuerst nimmt Oder? Kann ich das nicht repeat? Ah okay Jetzt könnte ich es Jetzt könnte ich es anders machen Okay Ich lasse es jetzt aber so stehen Das wäre ja unfair wenn ich das nochmal generieren würde Von daher Jetzt macht er immer die 1 Also jetzt hätte ich Glück gehabt Jetzt nehmen wir die 2 Jetzt nehmen wir die 1 Dann nehmen wir die 1 Dann nehmen wir die 2 Die 3 Ja okay Ist egal Im Grunde war die Chance ja trotzdem Es ändert ja nichts Ob ich es jetzt nochmal Repeat oder nicht Ändert ja nichts Weil er quasi die Die Chance ist immer 1 1 zu 3 Dass du eine der Beim ersten mal kommt ja immer eine der 3 zahlen raus Von daher ob die sich dann beim zweiten mal wiederholt oder nicht Das ist ja im Grunde scheiß egal So Pekka jetzt weg Und ich werde das jetzt mal eben machen Alter ey Das gefällt mir gar nicht Zahlung erfolgreich Ja wunderbar Jetzt haben wir es also Das war 2500 Das war 2500 Juwelen Alter Schwede Ja dann will ich den Frost Ja den Frostzauber will ich eigentlich gar nicht Alter ich will nicht jammen ey Ich hasse jammen Boah ich kann nicht Also ich verstehe auch nicht so Leute die Gestern habe ich ein Video geguckt Da hat jemand für 900 Dollar Von Rathaus Level 1 auf Rathaus 10 gejammt Ich kann sowas nicht Das bricht mir das Herz ey Alter ich kann nicht jammen Aber ich muss es ja tun Das ist ja im Grunde Es ist ja Teil der Challenge Also von daher Ich werde es auch nicht übertreiben definitiv Also in der Zukunft Aber jetzt muss es mal einmal sein Wir bilden erstmal ein paar Truppen aus Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen ablenken noch Alter Ich will nicht jammen Ein paar Bogenschütze Ich nehme mal momentan Nimm ich ein bisschen Lazy Farming mit Kann ja auch nicht schaden Und ja Ich will nicht Ich will nicht Vor allem der Pekka ne Alter für 1200 Das ist so eine So eine Verschwendung im Grunde Das dauert da auch noch Das dauert da natürlich 14 Tage Aber okay Jetzt habe ich 845 Juwelen noch übrig Muss ich mal gucken was ich noch damit mache Wenn ich noch irgendwas damit machen soll Dann schreibt es mal in die Kommentare rein Ich habe ja in Was war das? In 12 Stunden habe ich ja wieder Zeit Dann schreibt es mal in die Kommentare rein Ich würde mich freuen Wenn ihr einen Daumen nach oben gebt Für die Challenge Hat mir Spaß gemacht Auch wenn es natürlich ein bisschen kostenspielig war am Ende Ja Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Daumen nach oben Abonnieren Tschüss 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 Vielen Dank.